Du stoppst Türen, du Türstopper. Was ist denn da los, Onkel Stripe? Erinnert ihr euch, dass ihr am Tag ein Schläfchen gemacht habt, als ihr kleiner wart? Ja! Und als ihr größer geworden seid, habt ihr damit aufgehört, nicht wahr? Ja, wir schlafen nur noch einmal. Genau, Nacht! Tja, eure Cousine Muffin hat gerade erst damit angefangen, sich den kleinen Mittagsschlaf abzugewöhnen. Oh! Ah! Ah! Jetzt stoppt der Dad! Okay, Muffin, du musst heute früh ins Bett. Warte, nein, wir dürfen doch heute länger wach bleiben. Äh, na ja, ich muss weg. Wow, 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 wow. Hey, Muffin! Au! Kokosnuss! Au! Du hast gesagt, wir müssen heute nicht zu früh schlafen. Ja, das habe ich gesagt. Aber wir müssen es wegen Muffin etwas anders machen. Ihr fehlt der Mittagsschlaf. Aber du hast es versprochen! Ein Spiel, dann ins Bett. Oh! Aufblasbare Gitarre! Oh, ich weiß. Wir spielen ein echt langes Spiel. Dann müssen wir ganz lange wach bleiben, bis es fertig ist. Ja! Ich auch! Okay, ein Spiel, dann ins Bett. Klasse! Also, welches Spiel? Restaurant! Oh! So, mein Ehemann und Schüler. Wie wäre es mit einem ganz entspannten Abendessen im Restaurant? Klar doch, Spatz! Guten Abend, willkommen in unserem Restaurant. Wir sind bekannt für unseren schnellen Service. Wie viele Personen sind Sie? Drei. Sehr gut. Eins, zwei. Und wo ist der dritte Gast? Brr, 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 brr. Au! Wacht doch auf, Sheila! Mein Name ist Bubu Babu. Bubu Babu muss ganz dringend ins Bett. Äh, alles gut. Sie koschelt nur gern mit Pflanzen. Wow! Ich hasse Pflanzen! Läufe dich doch zusammen, Sheila! Wir sind soweit. Tschu, tschu! Brumm! Ding! Nächster Halt, das Museum! Sheila, wir sind nicht im Bus. Hier sind die Speisekarten. Ja, ich warne Sie schon mal vor. Wir brauchen sehr lange, um uns zu entscheiden. Das glaube ich nicht. Oh, das klingt aber alles gut, Spatz. Ham! Ah! Piep! In Kokosnüssen ist Kokoswasser drin. Sheila, was machst du denn doch? Ja, wir haben ja Blut! Ja! Bang, 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 bang! Mein Restaurant! Das heißt nicht, dass wir fertig sind. Bluey! Vielleicht sollten wir lieber nur zur Pommesbude gehen. Kommt mit, Familie! Pommes! Schau Bluey im Disney Channel. Mit T voisin. Glas shower. Ja. Joey, ich komme. Wir brauchen ein Tag synchern. Bis zum nächsten Mal.